So, hallo und willkommen zu der zweiten Runde, ich hab grad was verpasst und wir sagen euch nicht, was das war. Mocha. Wir fangen an drei Sekunden schon mal an. Ja genau, 0 Sekunden und los geht's. Ich jedenfalls sind wir jetzt auf der klassischen Spaceball Map. Auf der Scheiße. Oh 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 oh, es hat dann breit. Oh. Gott sei sie draußen laut. Alter, du mit deiner Scheiß Pro Gamer-Taktiken, die du überhaupt nicht drauf hast eigentlich. nicht aber es ist sowas von bild ist egal es ist nicht im schiff welches das ist jetzt im schiff z z g ist bei mir nicht wie da y so da haben schon wieder und nicht durchgekriegt y ist im schiff das ist ein stl klein und da ist es immer y und y z auf deutschland dass ich noch nicht mal bewegen ich weiß oder bald ist nein ich bin noch gerade direkt bist du da wo du nicht bist auf deiner seite nein du hast mich geblockt dafür rechne ich mich mit dem Tor Scheiße kurz zurück zu ihm spielen auch verkehrt das ist ein Stachel schreibt uns auch in die comments welches baseball map ihr besser findet die andere oder die es gibt gleich zwei optionen die andere oder die und schaltet jetzt nicht ab denn am ende gibt es noch mal ein special dann spielen wir wirklich aber eher kollekte balls nicht naja egal ihr werdet es dann sehen nein schon wieder daneben jetzt aber ich könnte dich töten kannst du es auch versuchen geht dir ja nett der erste tot ich weiß nicht ob ich schon erwähnt habe aber wir haben jetzt gesagt einen zeitplan und nein haben wir unter dem video sehen und wenn ihr uns irgendeinen hack spielen lassen wollte oder irgendwas anderes das würden wir völlig verlangen werden sagt einfach bescheid naja bitte keine scheiße senden also wenn ihr denkt dass das gut ist aber das könnte auch scheiße senden aber nur an freitag den 13 gibt es ja wir machen ja immer hack requests am freitag also von daher geht das ja alles schade ich dachte ich bin schnell genug hätte ich mir unten wieder senden können nein nein du schießt nicht haltet du mit dein scheiß haken ja wo oder mit das sowas von durch die kann ich ein gutes team normalerweise seid ihr nein ihr seid nicht mal ein gutes team du bist einfach nur gut ja naja muss ich alles mit einem skill hier ausgleichen n 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 auf einer n n n n das erkläre ich jetzt nicht es ist ein bisschen um in der versuch weswegen das Video geschnitten haben dass ihr überhaupt nicht gemerkt habt doch vermutlich habe ich es gemerkt du bist so was von tot nein ja auch nicht der tot ja du bist damit nein auch gott nein scheiße ob es aller weg ist dabei nein nein du bist wie gesagt so was von tot es ist so gut sie ist überhaupt mit server nein sagt wenn das nicht so lecken würde wird es ein bisschen besser als ich bin selber ja klar ja ja das ist übrigens der offizielle server von uns der in der serverliste nie steht aber wenn die dp haben wollte schickt das einfach eine nachricht oder schreibt es in die kommentiert und jeden tag aber wie gesagt wenn ihr sie mal für einen tag haben wollt hier geben sie euch wir sind intel dann 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 gut sind wir leider nicht wir können keine prozessoren bauen hier könnte mal versuchen er sagt dass wir sich kein messer im jahr versucht hat vergebens den ball jetzt scheiße wissen wir sowas von tot okay vier minuten einmal oben durch mal gucken was passiert wenn ich so ein tics alle leute in den tod zieht was dabei kommst du mir auch mach was du hörst du nicht oh nein oh nein doch doch ich bin schlecht gekriegt wie geeignet oh jetzt ja mister million habe ich halt ausgetrickst wie machst du das wenn ich rauskriege das machst kann ich bin ich bestimmt auch ich mach dauerfeuer ich mach dauerfeuer und hier nicht ja gut so geht das mal gar nicht aber das war noch schlimmeres hier ich habe mich nicht an der grenze festhalten ok wir haben immerhin ein tor wir gehen schon nicht als loser aus dem match und keiner von uns hat minuspunkte im gegensatz zu dir ok du hast auch keine minuspunkte aber das erinnert sich noch ich kann ja noch einmal mein tor gehen dank meiner hilfe bist du gestorben naja ist dann ja muss alleine den ball bewaffern muss er nicht genau noch da hast du diesen block der angehen und jetzt ist mir schon wieder geklaut ist so ist die k also eine mini map der geil für das spiel also wenn man das modden möchte einfach nur melden ich test es gerne diese videos anschaut wie hast du das jetzt hier gemacht der zufall also der zufall sind alle tot du auch das hast du da hast du da hast du immer wenn man mir der ball klaut ich helfe lieber mal kleine korrektur ich helfen will doch nicht ok 10 Tore schaffst du nie im Leben doch scheiße zeit falsch gezielt ach so machst du das das hätte ich auch mal vorher kommen naja funktioniert so ach du bist ein pelter gehst unten rum danke zack beide sterben gleichzeitig ich finde dass sowas wie brennt sich meine netze gar mein ohr rein ausgefühlt zack zack man bei zack nobody can stop me ex-setter view ex-setter ein amal die jungen für die städte nun in einem an nur ein oder ok dann kommt es das super special wir hatten das überstechen gemacht das ja ich muss erst mal er kann starten im moment gibt ein bisschen zeit tot das eine minuten schwäche eine minute genau wir haben noch drei minuten theoretisch ok den rest des videos spielen wir das neueste spiel wir haben sogar noch mehr zeit glaube ich will sie machen mit schnitt ich habe keine ahnung wie viel zeit wir noch haben und was machen mit dritten teil